um und jetzt muss ich das dachlaufen sachen unter 12 3 ach so der ist auf dem dach ja ach so mein Gott das habe ich jetzt nicht beachtet das ist diese kumme Lücke da auch noch ich hab's heute voll drauf ich bin kein Gold mehr, jetzt hat alles leer gekauft ja ich brauche noch Sachen homo ach wir haben gleich eh genug Geld also scheiß drauf so jetzt bauen wir hier noch die Werkstatt hin Werkstatt, 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 Werkstatt diesmal wurde ich das richtige hatten wir nicht schon mal so ein Gold-Szenario Gold-Szenario? ne hatten wir nicht haben wir noch nie beendet so mit den Loren da, voll viel hier meinste aber nicht das hier das war ein anderes ey, das hier nicht, aber ein anderes schick mal den bitte hoch alter scheiß Knochen ich will ich will Gold ich will Gold Gold, okay hab's, hab vier Gold komm mit runter hallo du Mocki ja, ich versuch's halt auch schläft der ein, ey ja, deine Mama schläft ein oh, jetzt können wir endlich das Gold hier hin tun er ist trotzdem vorbei ja, ich wollte nicht ganz links machen, damit der nicht vom Blitzen getroffen wird weil, wenn der hier rechts ist, ist der noch unter den, ähm unter den Brücken, weißt du jetzt können wir weiter bauen oh, Holz ist ja hier ha, ha, ha ha, ha, ha ha, ha, ha keine Ahnung geh in den Drugstore leu ha, ha, ha ha, ha ich, ich wollt grad sagen tu's in den Drugstore und verkauf's, oder was wäre eine gute Idee gewesen, vielleicht ja, aber statt doppelt hält besser, oder was ist das für ein Motto ach, du Scheiße Autsch scheiß Steine, ey geht weg mit den Steinen warte, wir kommen runter scheiß Dynamitzünder wo ist runter? nein, warte ich wohre noch ja, ist ja gut halt ja nur ok, ich hab vier ich dachte, ich fall bestimmt gleich ganz runter, irgendwie ich schaff das ich schaff das irgendwie ja, ich schaff das auch mal gut ja wir können gleich die nächste Sprengung einfach machen einfach, sein kriegst runter, oder was hältst du davon? hallo, 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 bleib doch stehen ja, ich hab's noch gesehen ja, ich hab's noch gesehen ach, der war echt hart so, jetzt haben wir ganz viel Geld und jetzt können wir halt die Sachen kaufen ja, dann müssen wir nach oben erst mal eine Steine runterwerfen oh, und willst du hoch? wir liegen schon von da oben, ganz fertig machen noch achso kannst du mir auch beim Bauen nicht ähm nö ähm muss weg oder kannst du auch einen Trapper kaufen ist mir auch egal ne, ich will jetzt mal oben alles fertig machen was haben wir denn hier für einen Krempel da ja, mit dem Hochofen könnten wir Eisen auch theoretisch selber machen auch scheiß auf Eisen, ey also kaufen sollen ich lass meinen Typ mal versichert sein, aber mal hier oben, ne falls da oben auch irgendwie ein Unglück passieren sollte ha, unglück ah, ein Leitungsbausatz brauche ich noch, genau Alter, der Blitz ja, der geht bis ganz nach unten aber der war wohl nah bei dir, war keine Ahnung, der hat mich getroffen, ich hab grad den anderen blablablablabla da kann er nicht mehr reden, der ist auch behindert ha, ha, ha Alter, ich will jetzt gleich anfangen zu sprengen immer weiter, immer weiter Ränge sucht die boah, im Hintergrund ist der so braun, ne ja hier oben baue ich Lehm, das siehst du gar nicht, wenn das baue ist lol, oh mein Gott, ey so behindert aus oh, das ist extrem gefährlich und da fällt er runter zwei Holz noch ja, wie, zwei Holz noch, dann kauf dir das Holz, du Mongo helfe grad mal bitte, das fertig zu bauen seht oh, oh, oh kommt halt ja auch jetzt Clon City oh, 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 oh keine Ahnung, das Liednamen wurde mir grad nicht angezeigt hier ist die, du, 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 du drück Enter, dann siehst du es was, Enter? ja Indian Camp heißt das jetzt bei mir oh, schade Clon City kam vor drei, vier oder vier Liedern was will der denn jetzt noch holen? Leute, was will der machen? ach, Leitungsbausatz, okay da du, da du, da du, da du, da du Deiner braucht, Deiner braucht nix machen, ne? ne, ich geb wieder hoch ok, Werkstatt und Lora herstellen, zwei Metall, nice zwei Metall, komm, kauf dir die Scheiße zwei Metall metal du mal einen typen in den drugstore ein in den drugstore ach so weil es eine krelle kommt je jetzt habe ich bauen wir erstmal eine lore und dann geht das ein bisschen schneller mit dem gold gleich baden wir in gold ich sag's dir wenn ich lieber zu spät was können wir nicht schieben weil es schwer ist ja genau wie immer ne scheiße das müssen wir echt beachten das ist immer ein scheiß problem damit müssen wir wieder Leute kaufen damit schieben da 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 haben wir nicht noch eine dynamitkiste ich habe doch erst eine sprengung gemacht oder wir haben noch zwei oder alter rechts neben dir laden ist leer warum ist der leer wo ist das dynamit ich glaube ich glaube hier in der werkstatt muss ja ich habe nur die krelle verkauft okay gut dann braucht ihr kein essen irgendwie alter wo ist denn der zünder ach der ist da unten ja kack gerade wie ein kaktus durch kaktus im felsen ja ich sehs kackt aus das war gerade das wasser so wenig geld wir hatten doch gerade 67 gold kapiermal wo wir eine bank gekauft haben er gebaut haben alter jetzt hängt es bei mir auch bei mir auch scheiß teil jetzt nicht mehr Achtung Sprengung was hast du mir mal wieder spielen müssen was denn open klunk oh ich bin tot da hat einer gestorben alter wie weit ist das geflogen ich bin extra weit weggegangen alter jetzt habe ich noch einen alter ist da jetzt eine wassergrube da ne oder ne 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 Scheiße. Mein schöner Trapper, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Alter Schwede, ey. Oh mein Gott, das ist ja ein Bienenlist. In die Lore. Schade. Okay, ich wirf das Bienenlist bitte nicht da rein. Und verkaufen. Kacke, ey. Wie machen wir das denn jetzt da unten? Kacke. Scheiße. Was kostet so ein Trapper? 35. Was haben wir denn noch im Sägewerk? Holzsteine sind hier noch. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Okay. Ich hatte gar keine gerufen. Ist doch toll. Ja, dafür habe ich mir ein Eis jetzt geholt. Du wolltest doch eh nur das Eis haben. Ja. Kacke, wie machen wir das jetzt? Weiter sprengen. Weiter sprengen, meinst du? Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Das ist eine richtig gute Idee. Okay, dann. Wir haben auch nur keinen Zünder mehr. Der Zünder liegt da unten. Kann ich auch selber kaufen. Jetzt habe ich kein Gold mehr für Dynamit. Kotzen. Hä? Wann gehst du eigentlich oben kaufen? Wann gehst du überhaupt noch hoch? Aber um zu. Achso. Alter, wir brauchen das ganze Gold. Kämen, hör mal auf Lebenslumpen zu kaufen. Scheiße. Bist du noch da? Hm. Warum? Das hast du schon kaputt. Das ist extrem kacke, wenn du mit vollem Mund im Let's Play rumlaberst. Und? Ja, egal. Alter, dann baue ich hier oben Leben und dann schubst mich so eine Kehle runter, ne? Wie so mit dem Motto, ah, ich tritt den Arsch, ha ha. Toll. Kacke. Kacke. Scheiße, jetzt mal. Was machst du? Äh, Gold holen. Okay. Ja, also ich muss doch vorangehen. Komm, wir liegen so hochgeklettert. Ja, Alter. Hahaha. Vorm Springer. Ja, die sind immer eingesperrt, ne? Geil! Und gleich sprengen wir und dann geht die voll sterben. Ja, stimmt, auf die Tauchidee kam ich jetzt gerade gar nicht. Ich bin halt imber. Du bist voll imber, ja. So, was können wir denn jetzt noch kaufen? Eine Dynamitkiste, würde ich sagen. Zünder hast du? Was hab ich? Zünder. Hab ich null. Okay. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht, ey. Ja, hast du nur gekauft, oder nicht? Den Zünder? Ich hab mir jetzt gekauft, ja. Gut. Ich hoffe, die Krähe sieht mich jetzt nicht. Ah. Bleib hier hinten stehen. Warte, ich mach das hier oben. Guck mal hier, einfach so. Wieder einsammeln. Alter, das geht bestimmt vorher schief. Ich glaub auch. Ich drück gleich bestimmt ne falsche Taste, oder so. Hahaha. Ich weiß, wie Krähe kommt. Hm. Hm. Keine Ahnung. Sie ist gerade auf mich fokussiert, dann machst du das. Ich geh weg von dir, ey. Was soll ich denn machen? Sprengen. Aber ein bisschen weiter rechts halt sprengen. Stell dir bitte hoch. Stell dir bitte hoch. Schwimm nach rechts und werf dann das Dynamit. Ah, nicht den Zünder. Oder so. So ist gut. Pass auf, wenn du... Lauf weg. Fick dich, mach ich einfach. Ich kann nicht warten. Ja, genau das. Das hat mich mal... Ich dachte, ich hab das Eis hättet. Alter. Aber jetzt ist das Wasser weg, das ist gut. Ich kann keinen neuen Kauf mehr, ich hab kein Geld. Nice. Alter Scheiße, jetzt ist die Krähe hier unten. Ey, ich konnte nicht warten, ich war fast tot. Ja, klett da einfach hoch, du hättest noch weiterlaufen können. Das Kabel von der Zündschnur ist lang genug. Wusse ich doch nicht. Du hast immer geschränkt, nicht ich. Ich dachte, bist du imber. Ja, ich glaub ich imber. Am Arsch. Ja. Am Arsch bist du imber. Ja. Fick dich, Krähe. Ah, Arsch. Ich kann nichts machen, ne? Ich muss warten, bis du Gold hast. Ja, ich hab auch nur noch einen. Achso, du hast ja diese Pumper da oben. Ja, ich bin Mr. Pumper. Das ist grad ein bisschen riskant, würd ich sagen. Wird verpassen. Warum lauf ich eigentlich zum Sägewerk? Du willst mich neu sägen. 15 hab ich jetzt. Das reicht nicht, oder? Nein, ich glaub. Kostet 25, oder was kostet? Ein normaler Klunk. Ich weiß es grad nicht. Guck doch einfach. Muss ich auch wenn ich's pumpen? Ne, dann lass es lieber. Zu spät. Warte, warte, die Krähe ist jetzt weg. Jetzt nehm ich die Uhr. 25, ja. Das le...